Wir bauen wieder unseren Bild, pass auf, wir bauen als erstes, bauen wir das hier wieder mit den Stacks. Damit wir die Stacks möglichst schnell aufbauen, fangen wir damit an. Ja, der Lanza wohnt übrigens in einem Auto, also der ist kein deutscher Staatsangehöriger mehr, wie nennt man das denn? Der ist wie so ein Pirat, der ist quasi keinem Land zugehörig oder keinem Staat und ja, der lebt in einem Auto, also in so einem Bus halt. In so einem weißen Van und meistens kampiert er dann vor Kindergärten und übernachtet dort. Starten los, ja genau. Wie kommt's? Der reißt halt gerne rum. Der hat auch eine Freundin und einen Hund, die leben zu dritt quasi in einem Auto. Und ja, der arbeitet von der ganzen Welt aus und dann fährt er mal dahin, mal dahin und dann... Äh, Decker? Decker, ist die AFK oder was? Decker, ich raste aus. Ach, du Scheiße. Ja, oh, der ist schneller als ich. Decker, wenn der gleich einen Ruck hat. Jetzt steht die hier rum, die blöde Sau, und ist AFK. Ich raste aus, Alter. Wenn der gleich Level 2 ist, hab ich ein Problem. Ach, jetzt. Jetzt muss ich back. Ja, und wenn ich jetzt backgehe... Report Decker. Wenn ich jetzt backgehe, äh, huckt er sie und sie ist tot. Decker, krieg von mir ein Report. Was soll der Scheiß? Äh, AFK... ...Standing, AFK, in Tower. Alter, dann soll sie doch in der Base stehen bleiben. Ernsthaft. Boah, ey, ich treff den dünnen Lauf nicht. Ich höre auch irgendwie nicht, wann meine Schüsse rauskommen. Wo war denn der Victor? Oh Gott, den treffe ich aber. Ah, ich hab keinen Blink. Ey! Warum schießen die mich so ab? Meint er mich? Ich geh mal lieber weg. Ja, oder ist er? Geht jetzt hier lang. Guck, wenn sie da rauskommt. Nee. Decker, ich hasse diese Decker, alter. Na, die ist halt einfach rausgegangen. Jetzt hab ich hier einen Chimera und einen Dings auf der Lane. Ich will doch einfach nur mal eine normale Runde diesen Bild ausprobieren. Ah. Kummerang, der tut schon weh. Mach bei dem keinen Schaden. Oh, ich hab daneben geschossen. Macht der den Goldpuff? Nee. Oh, Decker ist da. Wow. Wow, Decker. Ich hab einen Support. Jetzt gewinnen wir. Wenn du jetzt nicht meine Lastsitz noch macht, wär'n doch geil. Ach, du Scheiße. Ja, ein Stun wäre halt cool, anstatt ein Slow. Ich brauch 1.200 Gold fürs nächste Item, das ist ein bisschen schwer. Vorher will ich eigentlich nicht backgehen. Wenn ich nicht backgehen kann, das gibt's nicht. Der Nika, yo. Wie viel hab' ich? Ja, 1.200 reicht. Dann gibt's 30 Physical Power. Gideon hat einer reingekillt. Jawoll, Gideon, nice. Wie frech die Decker, die da ist jetzt, Cloud, ja. Ich muss auch mal warden, aber ich stehe die ganze Zeit bei mir im Tower so dicht. Ich komm' da nicht raus. Aber die größte Hürde hab' ich jetzt schon mal genommen mit dem 1.200 Items, äh, 1.200 Gold-Items. Weil, da brauchst du halt, das Geld brauchst du halt auf einen Schlag und kannst halt nichts dazwischen bauen. Oh. Okay. Hier. Decker, Alter. Junge, Junge, Junge. Jetzt muss ich das Ding jetzt nach rechts klicken. Also, wenn ihr Support spielt und ihr seht, euer Carry geht zum Gold-Buff, dann geht ihr mit und macht nicht Last-Hits an den Minions. Weil der, der Richter hätte nur hooken müssen und der hätte den Gold-Buff bekommen. Und, also, ihr wollt ja nicht, dass ihr den Gegnern einfach Geld schenkt. Oh, hier muss ich auch passen. Ja, ohne meine Decker kann ich jetzt hier auch nicht. Krass, wie lang man geslaut ist. Äh, gesilenced ist. The question is, was baue ich? Ich glaube, ich baue den Skysplitter als nächstes. Um ein bisschen mehr Lifestyle zu bekommen. Wobei, wir können auch das hier bauen. Lass uns den Bild bauen. Den Skysplitter, der ist, den bauen wir ja immer. Ah, Finger ist zu viel Sport, den hochzuheben. Viele machen aus einem MOBA, aber leider eine Singleplayer-Kampagne. Ja. Wenn sie ihn jetzt mal stunnen würde. Ich habe leider keinen Blink. Jetzt hat sie ihn gestunnt. Wo er caged die denn hin? Ja, aber da kommt Bellica. Bellica geht weg. Wobei ich, glaube ich, gegen den Richter doch einen Skysplitter bauen müsste am Anfang. Der ist echt tanky. Was kann sie denn hin? Der Chimera müsste jetzt auch den Raptor machen. Ich habe leider kein Board. Ich setze meine Hoffnung auf den Gedeen. Der hat nämlich auch schon zwei Kills. Drei Kills. So, jetzt muss der Gedeen rotieren. Wo sind die Decker schon wieder hin? Digga! Wie kann das sein, dass der Carry am Raptor... Ja, geil, da kommt Richter. Ja, wir haben es bekommen. Gedeen, 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 Gedeen. Ach du Scheiße, guck mal hinter mir. Äh... Slow-in... Was ist das? Nein, Decker. Boah. Da ist ein, da ist ein, da ist ein Dings. Komm, lauf einfach, lauf einfach. Da kommen noch mehr. Oh Gott, dass die Gegner da aufgeben. Okay, dann probieren wir den Bild nochmal. Oh Mann, ey.